Willkommen zurück Far Cry 5, wir sind schon auf dem Weg, die Plattenkiste einsammeln, die wir dem Diss-Jockey bringen sollen. Ach ja, da war ja auch noch was. So viel Nebenzeug. Ja, ja, also das ist schon einiges. Könnte man in der Hauptkampagne so alles nebenbei natürlich machen, aber kann man jetzt der Vollständigkeit halber auch später machen. Kann ich hier irgendwo landen? Ja, da. Ja gut, ein bisschen das Dach rasiert, Mann. Ist doch gut. Plattenkiste. Mehr gibt es hier jetzt auch gerade gar nicht. Hier ist ein Bunker? Ja, aber da ist nichts drin. Dann haben wir den schon leer gemacht. Können wir mal auf der Karte gucken. Die Plattenkiste haben wir jetzt. Da ist wieder mit den Tieren. Arcade-Ding ist da. Da ist Diss-Jockey. Ich habe die nächste Plattenkiste markiert. Echt? Hast du schon wieder eine gefunden? Ich habe noch eine. Bei mir ist keine Markierung. Komm mal in den Heli. Linkschwung so. Bist du drin? Ja. Gut, weil ich, nur so, weil ich, ach da hinten, ja okay. Nur weil ich so nebenbei gerade das Dach rasiert habe. Achso. Ja dann. Ach, es ist hell. Da gibt es eine Plattenkiste. Jo. Wow. Nur Ort entdeckt. Wow. Das es hier eine Leiter gibt, hat was zu bedeuten. Nein, hat es nicht. Oh, ein Safe. Ich komme. Wunderbar. Hi. Plattenkiste gesammelt. Ein Kühlschrank. Achso, nur eine Notiz. Okay. Ah, nur so etwas Unwichtiges wie Kohle drin. Hier in meiner Position. Ist ja nicht so, als hätten wir davon genug, ne? Ja, mittlerweile. Ja, mittlerweile. Ich gehe mal grad baden hier. Ah, da ist auch ein Klo. Ich gehe mal grad, äh, machen wir es jetzt so, ja? Ach, jeder so viele Tote. Du hattest noch eine Plattenkiste gefunden, hast du gesagt, ne? Ah, da. Okay. Wo habe ich denn nun wieder den Heli abgestellt? Hier, an meiner Position. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich sehe die Markierungen nicht. Fliege ich jetzt richtig rum oder fliege ich falsch rum? Ähm, nach links auf, äh, 9 Uhr. Ja. Das ist so voraussagen. Ja. Willst du noch ein Feuerzeugfeuer mitnehmen? Ja. Dann nimm da das Feuerzeug. Da kriegen wir doch auch ne Waffe für, fürs Feuerzeug. Habe ich noch mal? Oh, sechs von zwölf. Ist noch ne Kasse. Sieht aus, als hätten wir ein kleines Problem. Die letzten beiden Blizzconvoise sind nicht am Ziel angekommen. Ich werde das mal wieder herstellen. Ich bin der Whitehead. Was ist das? Auf das Tier da. Da. Schwer du dich nochmal. Ich würde einfach auf irgendwelche Sachen schließen. so einer plattenkiste macht ja da war was ist ich hab dann noch ein feuerzeug noch prepper versteck noch alles mögliche dass uns gesehen hat holf kannst du auch plündern plattenkiste hier brennt es ein bisschen ja anders alles klar mit dem helion tour ist das eine sucherei hier ich überhaupt noch richtig ah ja da ok schubi wap 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 oh ja ist das schön ja wie gesagt so was kann man eigentlich gut machen so als wenn man das hauptspiel durch hat ich denke das reicht auch an nebenmissionen aufnahmen weil da wird jetzt im nachhinein nicht mehr viel passieren wir holen uns jetzt noch das feuerzeug und dann ist das für euch auch die letzte folge aus dem farc 5 projekt wir werden das privat höchstwahrscheinlich noch fertig machen aber das ist halt nichts mehr für den kopf für das let's play weil das ist ja nur noch suchen richtig suchen und finden meistens jetzt alles eingezeichnet genau kommt kaum noch was dazu ich habe jetzt noch ein prepper versteck in einem unbekannten gebiet akustische holzköder sollten wir uns dazu entscheiden dass die lc noch zu spielen dann werden wir das natürlich auch aufnehmen aber ich habe mir schon sagen lassen und habe auch schon gesehen dass die lc das ist ziemlich langweilig was dazu gekommen ist ja ja da ist auch noch mal ein bunker stein rasieren hier sollte hier oben nicht das feuerzeug drin sein das ist im bunker ach so hier ist ein generator soll ich es schon mal an mich nehmen ja mach mal was bringt jetzt der generator den ich angemacht habe sammle sieben von zwölf ja sieben von zwölf haben wir jetzt war in dem bunker irgendwie wasser drin oder sowas nö ne ich mach mal grad den tresor auf aber hier liegt da liegt noch ein vortragspunkt auf dem bird den habe ich gerade geholt ja da ist noch ein rucksack hier auf dem locus ist nicht nichts nichts was wir brauchen wie gesagt ich habe keine ahnung für was der generator da oben war ja ja also einschalten konnte ich den mehr aber auch nicht und damit endet auch dass zwölf minuten ist ja nicht schlimm okay gibt ja nichts mehr zu tun damit endet das far cry 5 projekt es hat sehr sehr viel spaß gemacht der roger wird jetzt bittere tränen weinen das weiß ich ja verfolgt das nämlich total gerne wir danken euch fürs zuschauen mal gucken was wir als nächstes zusammen in angriff nehmen schämlich ich weiß immer noch nicht wie die hochgehen lauf mal drüber da passiert nichts da passiert nichts aber das macht nicht aber du kein feind du bist das hat mir mehr wehgetan als dir kann sein headshot headshot brennen brennen muss salem ja ja wir sehen uns dann in einem der anderen projekte vielen dank fürs zuschauen tschüss brennen